Trump sagt Merkel Unterstützung für G20-Gipfel zu. Trotz Kontroversen beim Klimaschutz oder der Handelspolitik wolle der US-Präsident dazu beitragen, das Treffen zu einem Erfolg zu machen, teilte das Weiße Haus nach einem Telefonat der beiden mit. Nordkorea feuert offenbar erneut ballistische Rakete ab. Sie sei mehrere hundert Kilometer weit in Richtung japanisches Meer geflogen, berichtet das südkoreanische Militär. Mit Raketentests verstößt Pyongyang immer wieder gegen UN-Resolutionen. Verfassungsschutz befürchtet Zunahme von Cyberattacken vor allem aus China und Russland. Beide Länder seien mehrfach als Angreifer erkannt worden, zitiert die Bild-Zeitung aus dem neuen Verfassungsschutzbericht. Der Report wird heute offiziell vorgestellt. Dobrindt erweckt härtere Strafen für Gaffer. Er sei bereit, die Bußgelder zu erhöhen, sagte der Verkehrsminister nach dem Busanfall in Bayern mit 18 Toten. Dabei hatten Gaffer auf der Gegenfahrbahn offenbar beinahe weitere Unfälle verursacht. Schlagersänger Chris Roberts ist tot. Er starb im Alter von 73 Jahren an Krebs. Mit Liedern wie »Du kannst nicht immer 17 sein«, feierte Roberts vor allem in den 70ern große Erfolge. Das Wetter heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken, vor allem im Süden und Südwesten auch länger sonnig. Von Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen einzelne Schauer. Höchstwerte 17 bis 28 Grad.